Es geht richtig schief. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, mit meiner eigenen. Ich glaube, der hätte eine Drohung nicht so gut gefunden. Ich hätte ihn schlecht K.O. schlagen können, ne? Schau, für alles, was wir von der D.N.A. können. Mach es einfach schnell und ruhig. Es ist clean. Es ist eine Pflanze. Hast du eine Sample gefunden? Nein, eine Kreditschit. Ernsthaft? In den Sofa rützen? In den Sofa rützen? Der Wecker sieht auch sehr holographisch aus, oder? Aber sehr. Aschenblöcher? Dein Glas? 7800, ja, das nehmen wir mal mit. Die Kreditschitze nicht so gut aufzuhören, wie das. Wir können ein paar Skin Cells aus der D. Das sollte es tun. Wir gehen aus. Ich habe hier. So, dann sollten wir jetzt ja eigentlich in der Lage sein, reinzukommen, ne? I'll check for security cams. Go ahead and get dressed. Daher kommt also die Szene. Ich hab die schon in so einigen Videos gesehen. Aber auch, gehen sie vor und sehen sie sich an. Na, ich mein, das ist an sich ne korrekte Übersetzung, aber sie passt im Zusammenhang halt nicht. Ich glaube, dieses Ding ist grad größer als das eigentliche Haus. Hat er die... Ist das die Freiheitsstatue? Ach, was macht das Ding denn hier? Ja. Wer bist du, Hawk? Das ist ein Casalocust. Nein, THE Casalocust. Die Schraube, die zwei Präsidenten töten. Gute. Es kommt auch mit einem perfekten Kaffee. Ich bin sicher, Hawk wird es nicht gebraucht, wenn wir diese kaufen. Das sieht interessant aus. Da sitzt sie noch. Ich fühle mich, dass ihre Augen mir folgen. Yikes. Ugh. Rackni Queen. Ich glaube, alles ist für jemanden wertvoll. Ist da... Ne, ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre ne... Anspielung... Auf den... Einen der anderen DLCs, aber... Das ist nicht zufällig aus Dragon Age, oder? Das ist ja perfekt für so ein Easter Egg. Ein Modell von den Kara. Es ist wie ein Turian-Titanic, wie ich es höre. Oh, mein Gott. Da ist es. Oh, mein Gott ist. Don't bother, Meis Goto. Es ist cold-lockt. Ich hatte das Gefühl, das ist Sie, an der Tür. Ich wusste, wenn es wirklich Sie, Sie hätte das gemacht haben, auch als ich. Du wohnst mir. Ich liebe dich nicht. Ich liebe dich zu entdecken. I need what's in your grey box, Kasumi. You know I'm willing to kill you for it. I'll admit your skills are impressive. You got into my vault like I'd left it open. But you're still going to die, screaming. No! Have I got your attention? That shut up. Kill them! War zwar schade um das Kunstwerk, aber... Chief Row, hallo! Überlastung! Die hat aus dem Schattenschlag heraus in... Da auf die Deckung geklettert. Hat die da für einen Angriff abgebrochen oder... Hab ich das einfach noch nicht gesehen. Och nee. Würde ich, ja. Aber... Ah, super. Das hier müsste eigentlich... Ja! Ich dachte schon, jetzt müssen wir die ganze Mission nochmal neu machen, ne? Hätte ich rausschneiden können, das wäre auch schnell gegangen, aber... Have you been... Checking blueprints. Ähm, Schmetter. Ach, das ist okay. Stimmt, da sie kein Schwert hat, ist ihr Angriff natürlich auch ein bisschen anders. Aber die beiden... Ne, es ist nur ein Charakter im Multiplayer, der den Angriff hat und die hat einen sperrt. Deshalb ist der Angriff natürlich auch ein bisschen anders, ne? Au. Das ist sogar sehr effektiv gegen Panzerung. Das ist nicht das Problem. Ah. Das schreit ja nach einer Schockwelle. Oder es hat nach einer Schockwelle geschrieben, bis sie alle aus dem Weg geahnt sind. Als hätten sie es geahnt. Aber schön, dass es eine Reaktion darauf gibt, dass ich auf die Tanks geschossen habe. Das heißt für mich auch, dass Bioware geplant hat, dass da Leute drauf schießen in die Wesen, in die Stabilität. Nicht schmettern. Ja, das Ding, das reicht dafür, mein Konnektorenstrahler, oder muss ich dafür auch irgendwas anderes holen? Das ist auch eine Massenbeschreinigungs-Kanone. Ich hätte gesagt, dass sie so ein bisschen weiter geht. Als ob der immer noch nicht geschneit hat, dass ich... Oh Mann, der Shepard bin. Ach Mann, Kazumi, was machst du denn? Aua. Ich muss mich irgendwie zurückziehen. Jadi, wie auch mal aus demạnden Zitk Gum-Rest controls. Ein sehr kleines Magazin. So. Also ungebantete Tizen sowieso. Meine Bitches. You're dead. Mind over matter. Weakening their integrity. So. We can use this. Keep them busy. I'll take care of this myself. That creates a lot of angst. So. So. So mit Telefonketsch ich hier einfach die ganze Zeit rum. Und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ach, da können wir doch lange. Ja, man sieht, das grünet aber auch gar nicht. Man sieht es schon, aber nicht auf den ersten Weg. Ja, man sieht es schon. Hm. Danke, Kasumi, bleib doch in Deckung, wenn du das sonst nicht aushältst. Ich glaube, dafür brauchen wir ein bisschen was größeres. Was? 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 Zhen ra接下來 nations win! Das müsste ich glaube ich dann schon eine Spezialpanzerung sein. Ne, Sorge. . What and again! Yep, dad Since then! gray weave them. Arsch. Ich will gar nicht wissen, was du mit ihrem Gesicht willst. Tschüss. Ach, jetzt kommt der Shuttle. Wir hätten ja vorher auch ein bisschen Hilfe brauchen können. Ich meine, der Shuttle ist zwar gar nicht bewaffnet, aber trotzdem.